Visualisiere eine doppelendige, sechseckige Kristallform aus reinem weissen Licht, die dich umgibt mit dem einen Ende an deinem Seelenstern-Chakra, dem anderen Ende an deinem Erdstern-Chakra und mit einem Hexagon um dein Herz-Chakra und dem anderen Hexagon um dein Wurzel-Chakra. Visualisiere Kugeln als himmelblauem Licht an jeder der 14 Ecken der Kristallform. Visualisiere Kugeln als himmelblau. Visualisiere Kugeln als himmelblau. Die Kugeln als himmelblau. Sens. Cons Visualisiere drei weitere Kugeln aus himmelblauem Licht an jedem der Implantate, eine auf dem Solarplexus und zwei im Frontallappenbereich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020